Willkommen zu den heutigen VIVI News Black Widow, wird das erste Mal als NFT auf der VIVI App erscheinen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die erste Fish Series von BlockMackBlockchain auf der VIVI App an und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal ganz genau das nächste Comic an. Lass uns auf jeden Fall ihr letztes Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VIVI Uchi mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute mit sehr sehr spannenden Drop News mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, Stand tun wir an dieser Stelle auch direkt mit dem nächsten Collectible von Marvel und zwar nämlich Black Widow als Matruschka hier verpackt und ich bin wirklich extrem gespannt, wie das ankommen wird. Ich glaube nicht so gut. Wir sehen den ganzen Drop am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit mit insgesamt einem Collectible und das würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt mal an. Das wie gesagt hier ist eine Matruschka, das Ganze ist interaktiv, das baut sich sozusagen dann erstmal auseinander, jetzt wie ihr seht in der Reihenfolge und dann einfach wieder zusammen. Ist als Ultra hier gelistet, wir bekommen das Ganze mit ein Additions von 2.222 Stück und einem Listenpreis von 30 Gems. Schreib du mir mal wirklich sehr gerne unten in die Kommentare, ob das ein Drop für dich ist, den du mitnimmst. Ja, ich finde es ein bisschen krass, dass Black Widow hier an dieser Stelle so rausgeschmissen wird mit so einem Collectible, da es ja doch ein interessanter Charakter ist, aber da muss ich wirklich sagen, ganz komische Aktion an dieser Stelle. Eine doch aber sehr coole Aktion gibt es tatsächlich von Brockmake Blockchain und Vivi, denn diese beiden werden zusammen Fishes, die es ja tatsächlich schon im Web3 gab, beziehungsweise auch Ethereum gemindet wurden, jetzt auch in die Vivi App kommen und das muss ich wirklich sagen, feiere ich enorm. Unter anderem wird es für alle Leute, die Fischholder bis jetzt schon sind, die Möglichkeit geben, einen Promocode zu bekommen und diesen dann einzulösen, um dann hier am Drop mit teilzunehmen und dann sozusagen random ein Collectible zu bekommen. So wie ich das verstanden habe, ist das dann auch kostenlos. Dementsprechend für jeden, der auf jeden Fall Fischholder ist, der sollte ich diesen Artikel nochmal ganz genau durchlesen. Ich werde ihn unten an dieser Stelle verlinken. Schauen wir uns aber an, was für Collectibles wir hier sehen werden. Das Ganze wird sozusagen starten am 24. September um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Dort sozusagen kann man anfangen, diese Codes zu redeemen. Hier nochmal eine ganz kurze Kurzfassung zu dem Promocode selber, werden wir jetzt nicht nochmal extra darauf eingehen. Die Promocodes selber könnt ihr unter Profil und dann Promocode einlösen und dann werden euch die weiteren Schritte angezeigt. Schauen wir uns aber auf jeden Fall mal den ersten Fisch hier an. Und zwar ist das nämlich eine Kammern. Alle davon sind interaktiv und haben an dieser Stelle eine Editionzahl, die relativ hoch ist. Jedenfalls beim ersten hier 4090. Natürlich auch eine First Edition an dieser Stelle. Dann kommen wir zum zweiten Fisch, der natürlich auch interaktiv ist, wie alle anderen auch als Ankammen. Und hier haben wir eine Editionzahl von 3.190. Als nächstes haben wir dann hier einen weiteren Fisch und mein persönlicher Favorite an dieser Stelle tatsächlich. Und hier haben wir eine Editionzahl von 1.990 Stück. Als letztes haben wir dann hier noch eine Ultra Rare und das ist von Mumbot. Und das Ganze auch wieder interaktiv natürlich und hat eine Editionzahl von 1.090. Dadurch, dass ich persönlich keinen Fisch selber besitze, werde ich erstmal darauf warten, wie die Preise im Markt sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mal einige Fishes, wenn man die holen möchte, auf jeden Fall noch relativ günstig zu haben sind im Markt. Da es einfach tatsächlich doch relativ viele sind. Ich finde es aber im Großen und Ganzen eine sehr, sehr, sehr coole Aktion und zeigt auch, dass Projekte von außerhalb mit Vivi sozusagen interagieren können. Beziehungsweise über Promocodes dann sozusagen Collectibles auch freischalten können, was hier auf jeden Fall eine sehr interessante und spannende Entwicklung ist. Es gibt außerdem eine Ankündigung für heute Abend und zwar nämlich um 20 Uhr deutscher Zeit. Und zwar werde ich nämlich hier zusammen mit dem Chris Vivi Reisen und Enrico das Thema haben. Macht Vivi eigentlich noch Sinn momentan, sei es für Collector, sei es für Investoren oder Flipper und das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn du mit dabei bist und mit uns diskutierst. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die Drop Details an für den kommenden X-Factor Hashtag 1 Comic Drop an. Und der wird ja nämlich schon am Donnerstag, das heißt heute um 17 Uhr deutscher Zeit droppen mit insgesamt 5 Cover natürlich wie immer. Und natürlich auch 2 Exklusiv-Cover, der Rare und der Ultra-Rare. Für mich persönlich ist das jetzt kein Job, den ich mitnehmen werde, auch wenn wir hier die First Appearance auf X-Factor haben. Der Listenpreis ist hier bei 7 Gems, die Editionzahl bei 6000 Stück. Wenn wir uns aber auf jeden Fall mal die Daten auf Go Collect anschauen, dann sehen wir relativ schnell eigentlich auch hier 9.8 Grad für 110 Dollar. Klar, wir haben relativ viele Grades, ist aber trotzdem tatsächlich relativ billig auf dem Markt. dementsprechend für mich persönlich ein Skip. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefeiert, würde ich mich auf ein Riesig über ein Like hier von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf ein Riesig, wenn dir da draußen was zu sehen. Und wir sehen uns heute Abend im Livestream. Und bis dann dein Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.